Hallo und willkommen bei Werkstattdino. Heute möchte ich euch den Anycubic i3 Mega 3D Drucker vorstellen. Ich habe mir diesen 3D Drucker gekauft, weil er in den Kritiken als sehr guter Einsteigerdrucker abgeschnitten hat. Ich werde euch einige Tipps zum Aufbau des Systems zeigen. Dann werde ich zeigen, wie man das System nivelliert. Hier musste der Druckkopf eingestellt werden und dann gebe ich euch noch einige Tipps, welche Verbesserungen man durchführen kann und was man vielleicht auch lieber lassen sollte. Den Drucker habe ich in einem großen Versandhaus bestellt und nach kurzer Zeit wurde in diesem fetten Paket geliefert. Wie wir sehen, ist auch einiges an Zubehör dabei. Wir sehen hier ein Satz Handschuhe, eine Ersatzdüse, die Bedienungsanleitung, eine kleine Zange, Pinzette, Schaber, Imbusschlüssel und den USB-Stick. Weiterhin dabei ist dieser Filamenthalter, in dem die Rolle reingehängt wird und ein Kilo Filament. Ihr seht es hier, ich habe es bei mir schon an der Seite montiert. Also, ihr braucht am Anfang nichts dazu bestellen, ihr kriegt alles, was ihr braucht. Der Aufbau ist sehr schnell vorgenommen. Es ist lediglich, dieser Bügel, auf dem jetzt Anycube I3 steht, zu montieren. Das ist das Einzige, was zu tun ist. Er wird mit einem Imbusschrauben an dem Unterteil fixiert. Ich verzichte mal darauf, dies euch im Einzelnen zu zeigen. Also, nur dieser Bügel hier, dieser hier, ist einzeln und muss angeschraubt werden. Er wird hier mit diesem Imbusschrauben, ich zeige mal drauf, auf jeder Seite vier Stück, die dabei sind, montiert werden. Also, das Unterteil etwas anheben, den Bügel da reinführen und dann mit den Schrauben, mit diesem Imbusschlüssel anziehen. Das ist schon das Einzige, was ihr an mechanischen Arbeiten tun müsst. Danach müsst ihr diese Stecker montieren, sie dann einfach reinsteckt. Der rote Stecker versteckt sich gerne hinter diesem Stepper-Motor. Ich habe ihn anfangs auch nicht sofort gefunden. Also, die Stecker dann rein, dann sind wir fertig. Anschließend habe ich nochmal alle Schrauben rundherum kontrolliert, um sicherzustellen, dass alles festgeschraubt wird. Das Gerät werde ich nicht zerlegen und drinnen irgendwelche Maßnahmen von dem Imba von außen, alle Schrauben einfach nochmal kontrollieren. Das Werkzeug liegt dabei. Auch hier kontrolliere ich oben nochmal die Schrauben. Hier seht ihr noch ein Zugehör-Anbauteil, was ich später noch erläutern werde. Einfach gucken, ob alle Schrauben gut fest sind. In dem nächsten Schritt wollen wir den Druckkopf positionieren. Es sei gesagt, er wird im Niveliat hierzu das System einschalten. Wir gehen auf das Menü, drücken auf Achsen. Damit fährt dann der Druckkopf runter. Hier nehmen wir die Auswahl Home. Dann wird der Druckkopf, der in der Auslieferung ganz oben ist, langsam runtergefahren. Also hier dann einfach in dem Menü auf Home klicken. Und dann wird der Druckkopf runterfahren in seine Druckposition. Hier sehen wir, dass der Druckkopf langsam in seine Position fährt. Dies ist nötig, damit wir ihn jetzt gleich einstellen können. Mit Einstellen oder Nivellieren ist hier der Abstand zwischen Druckkopf und Druckbett gemeint. Dies muss möglichst genau erfolgen. Deswegen heize ich das Druckbett vor, weil durch Erhitzung dehnen sie ja auch Teile aus. Und dann habe ich den optimalen Abstand zwischen Druckkopf und Druckbett. Ich schalte hier auf Preheat, damit wird das Druckbett erhitzt. Danach stellen wir dann den Abstand genau ein. Zum Einstellen bedienen wir uns auch einen kleinen Trick. In der normalen Anleitung steht, dass man ein Stück Papier nimmt. Das nehmen wir allerdings nicht. Wir verwenden hier eine Quittung von einem Thermodrucker. Eine Quittung, wie wir sie normal in jedem Laden bekommen. Und damit stellen wir es genau ein. Jetzt heizt das Druckbett langsam vor, bis es die Temperatur erreicht hat. Wenn die Temperatur erreicht ist, dann gehen wir mit dem Prozedere weiter. Ich habe hier schon mal ein wenig vorgespult. In der Zwischenzeit ist die Betttemperatur auf 50 Grad angestiegen. Ihr seht es oben rechts in der Anzeige. Das ist als Vorwärmtemperatur optimal. Und jetzt können wir mit der Einstellung auch gleich schon fast beginnen. Da wir für die Einstellung den Motor bewegen müssen, müssen wir zuerst die Motoren abschalten. Also gehen wir auf Setup und dort auf Motor Off. Hiermit schalten wir die Motoren ab und können dann die Motoren von der Hand bewegen. Das ist wichtig, damit nichts zerstört wird. Da ich ja die Motoren abgeschaltet habe, kann ich jetzt auch den Druckkopf hin und her fahren. Normal würde ich jetzt links in seiner Hohenposition stehen. Um es euch besser zeigen zu können, habe ich ihn nach rechts geschoben. Den Druckkopf könnt ihr einfach mit der Hand rüber schieben. Nachdem den Druckkopf jetzt rüber geschoben habe, seht ihr auch darunter gut die Wendelschraube. Ich nehme jetzt ein Quittungsblatt, das was ich vorher angesprochen habe. Dies lege ich zwischen Druckwett und Druckkopf und versuche es dazwischen zu fädeln. Dieses Druckpapier ist sehr dünn, etwas dünner als normales Papier. Damit bekomme ich einen optimalen Abstand eingestellt. Das ist wichtig, damit der Drucker sehr gut arbeitet. Hier machen viele wirklich, glaube ich, schon den ersten Fehler. Also wie ihr seht, die Quittung hier eingeführt und jetzt wird mit dem Rändelrad unten die Höhe eingestellt. Das ist ein bisschen knifflig, das Rad ist etwas schlecht angebracht und ein bisschen klein. Aber diese Arbeit macht man ja auch nicht allzu oft. Also jetzt so einstellen, dass das Papier sich langsam durchziehen lässt. Diese Arbeit führt ihr an allen Vierdecken durch und danach das Ganze nochmal, um zu sehen, dass es wirklich überall optimal liegt. Damit erhaltet ihr einen optimalen Abstand zwischen Druckkopf und Druckbett. Dies ist, wie gerade schon gesagt, wichtig, um ein gutes Druckergebnis zu erzielen. Jetzt müssen wir noch das Filament, also das Druckmaterial, einführen. Dies wurde mitgeliefert. Wir haben ein Kilo PLA Druckmaterial. Dies wird von unten in den Sensor eingeschoben. Um das leichter zu machen, nehme ich das Filament, das ist ein dünner Draht aus Kunststoff, und kneife erstmal sauber die oberste Spitze ab, damit es sich besser einfädeln lässt. Dafür ist die kleine Zange da, die in dem Lieferumfang auch dabei ist. Also obkneifen, zack. Und jetzt haben wir eine saubere Stelle. Hier wird jetzt gleich dieses Filament unten in den Filamentsensor hineingeschoben. Dieser Sensor liegt bei dem System dabei und er stellt fest, ob noch genug Material da ist. Und wenn das Material aus ist, schaltet er automatisch den Drucker ab. Also, jetzt unten in den Filamentsensor reinschieben. Der Filamentsensor wird mit einem Magneten am System hinterher fixiert. Und jetzt nehme ich den Draht und schiebe ihn unten in den Förderapparat hinein. Dort habe ich ein Drehrad mir gedruckt als Zubehör. Normal ist es nicht dabei. Ich habe es jetzt abgenommen, damit ihr seht, wie es original ist. Jetzt drückt ihr die zwei Klammern zusammen. Also jetzt den Draht von unten reinschieben, dann die Klammer hochdrücken, damit wird der Motor quasi freigegeben. Und jetzt kann man das Filament ganz sauber einführen. Dies ist auch gut, jetzt erst zu machen. Im Auslieferungszustand ist der Druckkopf ganz oben und dann klemmt die Führung von Filament etwas ein. Da kann man es nicht so gut reinschieben. Ihr schiebt jetzt das Filament bis zum Anschlag vor. Dies kann man auch per Motor mit dem System machen. Aber hier einfach drücken, um den Motor freizugeben und das Filament sauber hineinschieben bis zum Anschlag. Dann steht da vor der Düse vor. Damit werden jetzt aber auch die Vorbereitungen endlich abgeschlossen und wir können gleich loslegen. Die Daten, was der Drucker drucken soll, erhält er über eine Chipkarte. Die ist im Lieferumfang mit dabei. Diese Chipkarte wird auf der rechten Seite in den Schlitzen des Druckers hineingeschoben. Die Kontakte nach oben. Auf der Chipkarte sind die ersten Druckdaten drauf. Das sind diese zwei Eulen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Also die Chipkarte hineinschieben, kontrollieren, ob sie drin ist und das war es dann auch schon. Jetzt wechseln wir wieder zu dem Bedienmenü. Wir gehen hier auf den Schritt zurück, wählen dann Print aus und dann zeigt er uns an, welche Dateien zum Drucken da sind. Hier habe ich jetzt etwas anderes gedruckt. Bei euch wird da angezeigt, was ihr drucken könnt. Ihr drückt drauf, dann wird es rot hinterlegt. Dann braucht ihr nur noch auf Print zu gehen und der Druck wird dann gestartet. Bevor der Drucker mit dem Druck startet, muss das System die richtige Temperatur haben. Das ist zum einen die Druckdüse und das Druckbett. Wir haben ja hier schon zur Einstellung vorgeheizt, also dauert es jetzt nicht mehr ganz so lange. Ihr seht auf der rechten Seite, die Betttemperatur ist bei 51 Grad und wird sich jetzt langsam erhöht. Sobald er die Temperatur erreicht hat, beginnt er auch mit dem Druck. Da der Drucker jetzt die Temperatur erreicht hat, startet er automatisch. Er fährt den Kopf auf die richtige Höhe und fährt dann das Druckbett etwas vor. Hier seht ihr noch, wie der Drucker sich selbst einstellt. Und jetzt startet er, sucht sich seinen Punkt. Als erstes legt er rund um, um das die Druckenobjekt eine Schicht. Damit drückt er das alte Druckmaterial noch aus der Düse oder das richtige Druckmaterial in der Düse ansteht. Dafür wird rundherum ein Kranz gedruckt und dann fängt er mit dem Druck an. Jetzt werdet ihr einige Zeit verbringen können, bis der Druck fertig ist. Ich empfehle auch, wenn er mit dem Druck durch ist, das Material nicht sofort abzunehmen, sondern zu warten, bis das Druckbett abgekühlt ist. Dann könnt ihr die Teile sehr leicht mit der Hand abnehmen. Wenn der Drucker fertig ist, fährt er automatisch den Druckkopf hoch. Das Druckbett ist jetzt abgekühlt und wie ihr gesehen habt, kann ich das Teil ganz leicht abnehmen. Dies war eine Halterung für die Filamentrolle. Der Kranz rundherum sitzt noch etwas fässer, man kommt nicht so gut ran. Hierfür nehme ich den Schaber. Aber ganz vorsichtig mit dem Schaber, damit man die Oberfläche nicht beschädigt. Wenn die Splette kalt ist, kann man die Teile ganz leicht abnehmen. Da wir jetzt einen eigenen 3D-Drucker haben, können wir uns unsere Teile auch selber ausdrucken. Hier habe ich ein Drehrad ausgedruckt, was auf den Filamentmotor kommt, um das Filament fortzuschieben. Weiterhin habe ich eine kleine Druckschale ausgedruckt, in der wir das Werkzeug schön ordentlich aufhängen können. Dies kommt oben an den Rahmen. Als nächstes habe ich eine Halterung ausgedruckt, die oben an den Druckkopf kommt und das Kabel ein wenig nach hinten hält. Dadurch wird das Kabel etwas nach hinten gezogen und klemmt nicht oben unter dem Bügel. Das wäre es auch schon an den Dingen, die ich mir als erstes ausdrücken würde. Die Dateien für diese Teile sind hier im Internet. Dort gibt es ganze Bibliotheken mit Zubehörteilen. Ich werde euch unter das Video noch den Link dazu anheften, damit ihr die Teile auch direkt finden könnt. Um das Filament, also die Druckrollen, vernünftig unterbringen zu können, habe ich mir Halter selber gedruckt. Die habe ich an einen kleinen Wagen geschraubt. So hat der Drucker auch einen schönen Platz. Ich kann ihn, wenn ich ihn brauche, rausziehen, die ganzen Utensilien in den Schubladen packen. Und auf der Seite habe ich meine Druckrollen in unterschiedlichen Farben und unterschiedlichem Material. Hiermit ist dann mein Projekt auch erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen und ihr schaltet mal wieder bei mir rein. Ich werde natürlich noch weitere Anleitungen geben, was man mit diesem Drucker so alles machen kann. Also bis dahin, vielen Dank und Tschüss, euer Bernd Stadino.